Hi, Kratte hier. Ein kurzes Video zu einem Vorfall, der mich fassungslos macht. Nicht nur wegen der Tat, auch der Berichterstattung. Denn was hier vorgefallen ist, hat für mich beinahe neue Dimensionen. Also, dranbleiben. Okay, aber der Reihe nach. In dem beschaulich anmutenden französischen Dorf Crepol, südlich von Lyon, fand nämlich am Wochenende in der Nacht von Samstag zu Sonntag ein Dorffest statt. Und leider nicht nur das. Eigentlich ein idyllisches Dörfchen mit ein paar hundert Einwohnern in einer Trüffelregion. Bekannt für seinen Kirchturm. Ein Ort, wo man vermutlich gesagt hätte, hier ist die Welt noch in Ordnung. Also, hätte. Das ist nämlich nun vorbei. Spätestens seit diesem Wochenende. Das ehrenamtliche Festkomitee des Dorfes veranstaltet regelmäßig Dorffeste. So wie auch am vergangenen Wochenende. Es wirkt also wie eine zusammengewachsene, ruhige Gemeinschaft. Ein Gegenpool zu größeren Städten, die kosmopolitischer werden. Naja, laut Berichten war dies auch ein friedlicher Abend mit rund 400 Gästen, einem Buffet, DJ und sogar vier privaten Sicherheitsleuten. So weit, so gut. Denn gegen zwei Uhr nachts änderte sich das dann schlagartig. Eine Gruppe, hust und räusper, junger Männer näherte sich den Festivitäten. Je nach Medium hieß es, es wäre eine Horde aus einem Sozialbaugebiet. Aus der rund 17 Kilometer entfernten Plattenbausiedlung, und ich werde es falsch aussprechen, Romance sur Isser. Aber gut, eine Information, was auch immer das implizieren soll, ohne Dinge zu benennen. Vermutlich wollte man hierbei auf sogenannte sozioökonomische Faktoren hinweisen. Worauf auch sonst. Diese versuchten unbefugt auf das Dorffest zu gelangen und wurden zunächst von der Security aufgehalten. Die Situation eskalierte wohl direkt, ohne großes Wortgefecht oder den Versuch hier eine friedliche Einigung zu finden. Vielleicht wollte man aber auch nur auf die Party und der Party- und Event-Szene frönen. Es gibt oder gab dazu auch einige Videos im Internet, die ich hier aus unterschiedlichsten Gründen nicht anfügen werde. Sollte aber natürlich jeder mit einfachsten Schlagworten selber recherchieren können. Aber gut. Jedenfalls hatten die Sicherheitsleute wohl nichts gegen die hieb- und stichfesten Argumente der dazugekommenen Party-Szene in der Hand. Und als die jugendlichen Gäste die Security oder Sicherheitsleute dann überwunden hatten und auch die ersten Gäste des Festes ins Freie traten, soll dies laut Augenzeugen wie ein Überfall, ein regelrechter Angriff gewirkt haben. Also das berichteten jedenfalls einige Augenzeugen. Es kann sich hier natürlich auch um ein Missverständnis inmitten eines Neuaushandelns des täglichen Miteinanders gehandelt haben. Wer weiß das noch so genau. Jedenfalls laut Augenzeugen seien die jungen Männer direkt in brutalster Art und Weise auf die Gäste losgegangen. Unter anderem mit Mess, ich meine stichhaltigen Argumenten. Die Regionalzeitung Le Dauphin Libéré beschrieb, dass unter anderem ein Augenzeuge berichtete, Rufe gehört zu haben, in denen es hieß, und nun folgt ein Zitat, Wir wollen Weiße ablächeln. Oder so. Ich könnte mich aber auch verlesen haben und es waren weitaus stichhaltigere Worte. Wie auch immer. Eine Information, die schon einmal mehr aussagt als Jugendliche einer Sozialbausiedlung. Ja gut, vermutlich wären hier eh nur Vorurteile geschürt worden und man möchte ja durch die Art und Weise der Berichterstattung keine Meinungen lenken. Oder in der Art und Weise einer Nicht-Berichterstattung. Aber dazu gleich mehr. Jedenfalls im Kontext. Man wollte explizit gegen Weiße vorgehen. Wenn wir den Opfern nach jetzigem Stand Glauben schenken können jedenfalls. Das mitten in Europa. Aber Rassismus gegen Weiße, das kann es ja nicht sein. Denn auch hier in Deutschland werden etwaige Medien nicht müde darin zu erläutern, warum es keinen Rassismus gegen Weiße gibt. Das wäre lediglich eine Diskriminierung. Könnte aber nicht in Rassismus münden oder darauf basieren. Nun gut, im Zuge dieser stichhaltigen Diskriminierung verstarb dann auch ein jugendlicher Schüler. Das noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Ihm soll wohl die Kehle auf diskriminiert worden sein. Und um sich die ganze Dimension dieses Einzelvorfalls einmal vor Augen zu führen. 16 weitere Kinder und Jugendliche sind zum Teil durch Stiche Schwerfall, ich meine, diskriminiert worden. 16 Jugendliche. Bei einer Tat. Das passiert nicht einfach so in einem kurzen Moment der Emotionen. Augenzeugen berichten nach, umschrieb die Zeitschrift Le Figaro, dass Jugendliche in Jogginghosen, anbei vielen Dank für die sachdienliche Täterbeschreibung, den Gemeindesaal, in dem das Fest stattfand, umstellt hatten. Und zwar mit Messern bewaffnet. Teilweise sollen dort Klingen von 20 bis 25 Zentimeter Länge beigewesen sein. Vermutlich Taschenmesser, die man gerade zufällig dabei hatte. Nach der Umstellung sei man blindlings auf Gäste losgegangen. Das ist von Anschlag bis versuchte Massaker einiges. Aber sicher nicht, wie einige Medien es umschrieben. Unter anderem der Spiegel. Dort schrieb man, dass es sich um eine gewaltsame Auseinandersetzung gehandelt haben soll. Ernsthaft, wen zum Teufel will man mit solch einer Darstellung eigentlich verarschen? Oder besser gefragt, warum? Ein einseitiger Angriff, Überfall oder Anschlag ist keine Auseinandersetzung. Messerangriffe von einer Partei sind auch keine Messerstecherei. Denn wir haben hier eine klare Täter- und Opferkonstellation. Das Wort Auseinandersetzung oder Messerstecherei suggeriert zumindest eine zweiseitige Interaktion. Das ist bei solchen Taten, ich meine Diskriminierungen, allerdings einfach nur eine Augenwischerei. Aber gut, wahrscheinlich ist das auch ein Einzelfall. Ach ja, mittlerweile ist man hinsichtlich der Diskriminierung in Krepol auf der Suche nach knapp zwei Dutzend Tätern. Also kein wild gewordener Mensch, der einzeln handelte, aus sich heraus agierte. Sondern hier haben wir es wieder. Seien Gruppen dynamische Prozesse. Daneben dauert es rund 48 Stunden, bis Politik und Medien den Fall in erwähnenswerte Maße überhaupt aufgriffen. Woran mich dieses Vorgehen erinnert? Ein wenig an die Kölner Silvesternacht. Auch damals hüllten sich Medien sowie die Politik knapp zwei Tage fast vollständig in Schweigen. Auch da stellte sich mir die Frage, warum? Opfer, Augenzeugen, Polizei, als auch die Politik wussten ja relativ schnell, was Sache war. Genau wie in diesem Fall. Also jedenfalls im weitesten Sinne. Aus dem französischen Innenministerium kam knapp zwei Tage später erwartbares Politgerede. Das, was hier passiert ist, sei unwürdig oder inakzeptabel. Der französische Innenminister sagte, wir wissen nicht genau, was geschehen ist. Oder besser, wir wissen es nur allzu gut. Aha, na dann. Aber vermutlich ist das Ganze ähnlich wie auch in Deutschland. Ein Teil dieser Antworten könnte die Bevölkerung verunsichern, nicht wahr? Viel zu spät kam die Berichterstattung auf Touren, weil, und das ist eine Behauptung, die Konstellation des Geschehenen nicht dem entspricht, was passender gewesen wäre. In dem Fall war es ja immerhin kein Hase, der hierbleiben sollte und über den bis in die New York Times berichtet worden ist. Und so wird wieder einmal auf Zeit gespielt, damit die Emotionen erst einmal abklingen können. Und erwartbar benannten natürlich zuerst rechte Politiker wie Marie Le Pen vom Front National oder Marion Merchal mit deutlichen Worten, was in Krepol in etwa passiert sein könnte. Damit sich etablierte Medien dann davon wieder distanzieren können. Anstatt unbeeindruckt davon, mit ehrlichen Worten zu berichten, was passiert ist. Denn gerade solch ein Schweigen, solch ein Zögern sorgt doch erst für einen informellen Freiraum einer politischen Seite. Oder ist für einige gar nicht das grundsätzliche Problem darin zu finden, was hier wieder einmal passiert ist, sondern eher darin, dass das Geschehene ihrem politischen Kurs anzulasten ist. Gerade Frankreich ist Sinnbild für weite Teile Europas. Oder wer von euch bekommt aus dem Stand auch nur einen Bruchteil der Auseinandersetzungen und Diskriminierungen der letzten Jahre zusammen? Also von Charlie Hebdo über die Diskriminierung im Butler-Clan in Nizza oder zum Beispiel am Lehrer Samuel Paty sowie vor wenigen Wochen an einem Lehrer im nordfranzösischen Arras. Am Ende wird es ein weiteres, so etwas darf nicht passieren sein. Und es wird wieder passieren, weil die Wurzel all dessen unberührt bleibt. Naja, vielleicht überdramatisiere ich auch. Denn dieses Mal, dieses Mal wird bestimmt etwas passieren. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020